Schabadabadu Was macht die dumme Kuh? Du bist kein Waffen mehr. Was ist hier? Bäm, bäm, bäm. Scha-bäm. Nein, nein, bleib hier. Bitte bleib hier. Scha-bäm. Hier? Wo seid ihr denn alle hin? So viele Frauen hier, was hier los? Blutkämpfe Frauen oder was? Uiuiuiuiui. Also ich will auch nicht über die Brücke landen. Also will ich jetzt... Ich geh jetzt raus. Tschüss, Mann. Aber wir gehen da außerhalb so ein bisschen. Wir gehen da diese drei Häuser da. Also genau die da. Seht ihr die? Ja? Ist hier einer? Das ist ein Vogel, oder? Ne, das ist kein Vogel. Also ein paar Leute... Also einen sehe ich jetzt hier noch. Das ist okay. Mit einem kann ich leben. Außer er bringt mich um. Dann hase ich ihn. Mhm. Passiert halt mal, ne? Ist halt nicht mehr die neueste, ja? Ist halt... Der hat halt auch schon seine Härchen hinter sich. Erstmal geh mal hier rein. Ah, da... Erstmal... Erstmal eine Brechstange aufgehoben, die ich schon mal nicht habe... Oh, das ist auf Platz vier. Brauch ich aber trotzdem nicht. Einfach nur die Waffe. Zückse. Ohne Schuss. Oh, da ist noch was. Ein holographisches Visier. Und Munition. Ah, hier oben ist die. Und einmal eben den Ding drin. Ja, gut. Kugel-Loops-Ding. Och, da ist schon wieder dieser Revolver-Mann. Ach, Junge, Junge. Zehn Jahre später. Aber immerhin eine Waffe. Eine richtige Waffe. Und... Eine Uzi. Nehme ich auch gerne mit. Und dann mal eine andere Pistole. Die nehme ich sogar lieber mit. Wow, was ist denn hier? Munitionsparadies hier. Nicht genug Platz. Ah, na AK. Nicht genug Platz. Oh doch, die Waffe kannst du mitnehmen. Hä? Was ist dein Problem, Vibe? Dann tu die Scheiße hier weg. Weg. Kann ich das aufsetzen? Ja. Ich nehme die mit. Guck mal, wie viel Munition hier ist. Und du willst das da liegen lassen? Was ist mit dir kaputt? Gib mir die Muni. Hallo, Ruckzack. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay, alles gut. Gehen wir direkt mal hier raus. Komm rein. Was denn hier? Was ist das? Taktisches Lager? Kann ich mal mitnehmen. Was ist das? Die Pistole. Habe ich nicht schon ein taktisches Lager gehabt? Kann ich hier noch irgendwas? Irgendjemanden aufsetzen? Wo ist denn die Zone? Ah, wir sind in der Zone. Wow. Boah, was? Ich bin in der Zone? Junge, Junge, Mann. Ich brauche mich nicht schätzen. Ist das nicht schön, Mann. Gehen wir mal hier raus gucken. Hallo? Keiner da. Hallo? Hier ist ja gar nichts. Hast du Bock? Schutzweste? Hör damit. Hallo? Kommen Sie mit der erhobenen Hände bitte raus. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja schön, mal keine Zone im Nacken zu haben. Was ich noch gerne hätte, wäre eine Pumpgun. Ja, hier waren wir schon drin. Okay, aber ich möchte mal ganz kurz nach oben mal gucken, ob ich draußen irgendwie was finde, wenn ich jetzt da hier raus gucke. Vielleicht sehe ich ja einen mit meinem Viermalsucher. Ich sehe rein gar nichts. Ähm, wir sind hier. Hier, also das nächste größere wäre da, das nächste kleinere wäre da. Ich glaube, wenn hier noch ein Helm wäre, wäre ich zufrieden. Man kann ja noch hoffen. Warte mal, die mache ich mal zu hier. Falls einer von hinten kommt, dann kriege ich das nicht mit. Äh, dann kriege ich das mit. Oh, geil, ein Mantel. Teg, teg. Müngungsfeuer für was? Ah, für die Uzi. Habe ich noch was für die Uzi? Nee, ne? Kampfhose blau. Ja, stylisch. Wir gehen heute mal ein bisschen auf Mode, habe ich gehört. Gut, gut, gut. Ich bin hier. Also, ich denke, das wird sich hier eher nach Puczynski verkleinern. Nehme ich einfach mal an. Oh, 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 was? Ich war hier noch nicht drin. Was ist das? Was ist das ein Kompressor für? Nix, was ich habe. Ach, ein Helm. Komm schon. Einen Helm wird es doch hier irgendwo geben, oder? Ja, gut. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass wir nicht abgeknallt werden. Da unten in der Militärbar. Ne, warte mal. Wobei, wir gehen in mehr Richtung da. Okay, komm, was haben wir hier? Einen Helm? Einen Rucksack Stufe 1, habe ich schon. Und was ist das? Ein holographisches Visier, Bräunen. Gut, was haben wir hier oben? Hallo? Hier ist das Aufräumen, Kommando XYZ. Bitte erheben Sie sich. Das ist ja ein Helm. Mist, der ist ja gar nichts. Wow, das hat ja gelohnt. Habe ich jetzt gerade Schüsse gehört? Bin mir gerade nicht sicher. Könnten wir mal ganz kurz... Was ist das? Boah, Junge, Junge, mein Wecker. Ja, boah, habe ich mich erschrocken. Habe ich mich erschrocken von meinem Wecker. Das sieht merkwürdig aus da, aber okay. Aber es sieht nicht danach aus, als ob hier einer drin ist. Ist doch alles zu unbefleckt. Gut. Ist einer drin. Jetzt kommt er rein. Gucken, ob der hier hochkommt. Jetzt kommt er rein. Gucken, ob der hier hochkommt. Wirklich. 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 Das geht auch an. Hab ihn! Hihihihihi. Hahaha! Ah! 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 Energydrink nehme ich. Rotpunkt Visier bräuch' ich nicht. Hatte der was zum Heilen? Na die ist fast kaputt. Lohnt sich nicht mal. Handschuhe. Werkzeuggürtel. nix besonderes bisschen munition kaliber kann ich auch nehmen nix besonderes nix zum heilen nix schade das ist ja ein schnuckeliges haus hier da kommt ein auto er will hier rein zwei autos da ist er und hier rein gerade ohne auto weiter Ah, waren das nicht zwei? Irgendwo ganz nah, aber ich sehe es nicht. Oh, Mann ey, ich bin voll ruhig, kann das sein? Aber wieso hat der denn sein Auto stehen lassen? Der andere kommt von da irgendwo. Aber der rennt da nicht hin, ne? Das ist Bombenkommando, Junge, Junge. Nicht getroffen. Der mit deinem geilen Quad-Bike da. Junge, Junge, das ist Adrenalin pur hier. Adrenalin pur. Oh, Purnika. Ja, ja. Ich renne hier gerade mitten im offenen Feld rum, ey. Da ist er. Da ist er. Da. Nein! Ich bedanke mich für's Zuschauen, Leute. Hau zu rein, ey, das war die beste Runde ever. Scheiß Drecksack, Junge. Jetzt kommt jetzt wo ich ein BIRD. Das war die Indonesian. Aber das war. Ja. 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 Da ist er. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020